Voila, das Künstlerprojekt Aircopter MD550 SE macht schon mal Fortschritte. Ich bin weitergekommen. Heute habe ich noch die Dekal-Bilder da drauf aufgeklebt mit Wasser. Abziehfolie von Ghost Light Toner. Das funktioniert. Die Staubschutzhaube, das Projekt habe ich aufgegeben. Aus Malermeisterfolien mir eine Staubschutzkammer bauen. Das ist doof. Bringt nichts. Das schafft man nicht. Ich warte jetzt einfach so lange, bis es richtig schönes Nieselprimel, Regenwetter ist. Am besten dann aus der Künstlergarage raus sprayen. Da sind die wenigsten Pollenteilchen, Kleinfliegen oder sonstige Staubpartikel in der Luft. Aber das sieht schon mal ganz gut aus mit den Nieten. Das kann sich sehen lassen. Die Scale-Anbauteile von Finescale Modeller, die werden auch nach ihrer Verwendung finden. Aber das ist schon mal... Das ist jetzt alles nur gesteckt, nichts geklebt. Das schafft man wirklich nur... Also kann ich nur empfehlen bei gutem Regenwetter. Das mit der Staubschutzkammer ist mir auch gesundheitlich schon fast so eine Gaskammer, die man sich da selber baut. Da braucht man schon echt fast schon eine zweite Weltkriegs-Gasmaske, wenn man das da aushalten will. Außerdem muss man die Teile meistens eh noch schwenken, wenn man sie gespritzt hat. Ganz besonders der Klarlack, der ist von der Viskosität her doch etwas noch etwas dünnflüssiger. Deswegen muss man die Bauteile sowieso eigentlich nach dem Sprayen noch mal ein bisschen schwenken, fünf bis zehn Minuten, bevor man sie dann überhaupt irgendwo hinhängen kann. Damit die aufgetragene Farbschicht an sich nicht irgendwo an der Stelle in Schwerkraft sammelt. Deswegen habe ich das Projekt, wie gesagt, aufgegeben, das über eine Staubkammer zu sprayen. Ich mache das jetzt, wie gesagt, an der frischen Luft bei Regenwetter. Das geht besser. Das sieht schon ganz gut aus. Jetzt habe ich mir noch die Leuchten von Unilight besorgt. Da warte ich jetzt mal drauf. Wenn die da sind, dann bin ich sicher, dass ich das irgendwie zusammenkleben kann. Hier mit Harz und da mit Harz. Und dann hier noch die Feinscale Modeller. Alle Scale Anbauteile. Die kommen erst ganz zum Schluss drauf. Aber das ist schon eine schöne, glänzende Fläche geworden. Das sieht schon echt, gefällt mir. Da wird echt ein schöner Vogel. Das Künstlerprojekt wird ein Erfolg. Also ich bin zufrieden. Hat eine Zeit lang gedauert. Wie gesagt, es gibt Tage, wo mir... Das, was du jetzt vorgehabt hast, das hat so nicht funktioniert. Wie gesagt, da, das waren drei Anläufe hier. Bis man das so richtig schön... Richtig schön homogene Flächen macht. Ich mache das auch zum ersten Mal mit der Spraydose. So große Flächen sprayen. Ich habe das früher noch nie gemacht. Aber ich mache das so nach Gefühl. Gefühl. Nicht so wie in der Firma. Schnell, schnell. Der Chef schreit schon wieder. Schnell, schnell. Nee, schnell, schnell. Wird kacke. Weiß man. Egal ob. Modellbau, Kunst. Software. Schnell, schnell. Aber das wird schon... Also wie gesagt, die Unileight leuchten. Da warte ich jetzt noch drauf, ob ich dann, wie gesagt, die zwei Löcher da verdecken kann. Das wird dann mit Harzkleber alles gut ausgerichtet und dann verklebt. Und ich möchte es, wie gesagt, so machen, dass man trotzdem noch die... Hoffentlich gibt es irgendwie das Konzept, dass man die Leuchten, falls irgendwie was nicht mehr gehen sollte, an Leuchte, dass man es noch austauschen soll, kann. Also es soll maintenancefreundlich sein. Das ist auch so ein Aspekt. Maintenancefreundlich. Schnell, schnell. Das ist immer Murks. Aber maintenancefreundlich. Da muss man ein bisschen mitdenken, wie man es am besten baut. Damit es maintenancefreundlich wird. Das verstehen viele Chefs auch nicht. Aber es ist wirklich schon... Also ich bin... Es ist schon gut Arbeit. Das muss man schon sagen. Man braucht echt viel Geduld. Aber... Jetzt bin ich mal gespannt, wenn das hinten so relativ schon gut geworden ist. Der Vorderbau, der wartet ja noch. Aber ich dachte mir, ich fange mal hinten an. Also das kann ich empfehlen, Leute, die wir so ein Vorhaben bauen wollen. Dann fangt am besten hier mit dem Leitwerk mal an. Da könnt ihr so ein bisschen schon mal testen, eure Kunstspray-Fähigkeiten. So habe ich es gemacht. Mit denen habe ich mal ein bisschen angefangen hier. Dann hier die Teile. Und da sammelt man schon mal so ein bisschen Erfahrung an den beiden Bauteilen. Und dann kann man mit dem Bauteil... Kann man sich dann ranwagen. Wenn man so die ersten Erfahrungen gemacht hat. Aber das... Wird schon... Also ihr habt ein gutes Feeling. Wird ein schönes... Wird ein richtig schöner Vogel. Die Fein-Skill-Modeller-Anbauteile. Da, also wie gesagt, muss man auch so einen Trick draus haben, wie man es am besten sprayt. Zu weit weg darf man nicht... Sollte man nicht sprühen. Also bei den Bauteilen zumindest. Habe ich festgestellt. Eher ein bisschen... So ein 10 cm Abstand. Und ganz... So langsam sich da ran tasten. Schicht für Schicht. So kickt man das irgendwie hin. Das ist, glaube ich, ein anderes Plastik. Deswegen... Das geht ziemlich gut. Aber ich glaube, die Teile, die besonders hart werden sollen, da nimmt da irgendwie ein anderes... anderes Plastik-Material. Aber ich habe es jetzt mein Bestes getan, damit es möglichst... gut wirkt die Anbauteile noch. Aber die kommen ja ganz zum Schluss erst drauf. Da muss jetzt nochmal Klarlack drüber, damit hier die Dekal-Bilder gut halten. Außerdem... Ich wollte sowieso nochmal ein zweites Mal drunter sprayen. Aber das wird... Also die LED-Lampen... Da warte ich jetzt noch drauf, bis das Baggerl kommt. Dann weiß ich zumindest, dass ich nichts mehr noch aufbohren muss oder ausfräsen muss. Dass die Lampen da dran passen. Die muss ich auch noch ein bisschen ansprayen. Wahrscheinlich die Kühe rippen. Damit das irgendwie gut aussieht hier auf dem... Auf der Delfin-Flosse... ...wird ein schöner Fole. Also es passt farblich dann auch zu seinem Kollegen hier. Es passt dann. Also wenn ich das hintere Bauteil, den hinteren Rumpf schon mal so gut hinbekommen habe, dann... ...habe ich da schon mal gute Erfahrungen gesammelt, die ich dann da übertragen kann in... Autodidakt ohne Doktor, Doktor, Professor, Diplom-Ingenieur, AD-Titel. Schauen wir mal, dass wir das hinbekommen. Muss natürlich auch toll fliegen. Also toll, wie es aussieht, muss es auch fliegen. Das ist... What looks good, flies good, ist das Motto. Und das ist aber, wie gesagt, das ist noch... Das wird noch dauernd, bis das fliegt. Aber zumindest wollte ich jetzt mal mit dem Rumpf anfangen, dass der schon mal fertig ist. Ich da alles vorbereiten kann. Und dann später die Mechanik und die Elektronik da einzubauen. Die Elektronik mache ich jetzt schon vorher. Das baue ich jetzt schon alles vor. Und spritze es dann so, bis es dann alles geschliffen und bis geheilt ist mit den Bauteilen. Und genau, ich werde bloß hier wahrscheinlich hier hinten noch. Das ist noch ein Tipp, den ich geben kann. Da werde ich wahrscheinlich noch so eine kleine Balsa... Und dann hat man so ein Haarriss hier so ein bisschen... Das ist hier so ein bisschen so eine... An der Stelle so eine etwas empfindliche Stelle. Da kann... Wenn es zu sehr knickt, kann hier so ein kleiner Haarriss entstehen. Und so ein bisschen... Wer weiß, wenn man die Mechanik dann später da einbauen muss, dann drückt man da vielleicht zu sehr drauf. Und dann hat man so ein Haarriss hier, so ein klein da unten drin. Deswegen, es biebt sich zu sehr. Hier oben macht das nichts, weil da ist wie gesagt die... Sieht man jetzt nicht, die Verschalung da drin in der Mitte, die Heckrohrstange zu halten. Das werde ich noch machen. Und ich glaube, ich werde statt Holzschrauben hier noch irgendwie ein paar Gewinde da einkleben. Mit der Robenscale... Heckverbindung bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe es schon mal so probeweise mal so reingesetzt, um mal zu sehen. Wird es eng? Passt es? Ich muss mal gucken. Mal sehen. Vielleicht nehme ich mir irgendwas von... Helikopter Baumann vielleicht. Ich muss den mal fragen, ob es da noch eine Alternative gibt. Der hat so offene... offene Zahnradkonstruktionen. Das gefällt mir fast ein bisschen besser. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, wie es wird. Aber ich habe das jetzt einfach mal so... Um zu sehen... Da habe ich noch so einen kleinen Ausschnitt da reingefräst. Weil da glaube ich, da könnte es Probleme geben mit der... mit der Lasche hier, dass man das dann zum Schluss nicht mehr über den Rumpf bekommt. Weiß ich aber nicht. Ich habe, wie gesagt, das sieht man erst dann, wenn die Mechanik da ist und man das alles soweit vorbereitet hat, um die Mechanik da reinzusetzen. Ich glaube auch nicht, dass die Schrauben da... die da vorbereitet wurden, da vorne, dass das so alles passgenau ist, dass es dann hinten auch... millimetergenau... sitzt. Also ich möchte es hier nicht kürzen. Dadurch, dass das so glänzt, denkt man immer, da ist eine Ecke. Ist aber nicht. So. Also das ist schon mal... Das ist, wie gesagt, macht... Das macht... Baut auch... Baut euch keine Staubkammer. Das ist auch zu gefährlich. Da braucht ihr echt so eine zweite Weltkriegs-Gasmaske. Sonst... Wenn es blöd läuft, kippt ihr da selber noch um. in der Kammer und keiner weiß es. Und... Ist gefährlich mit einer Staubkammer. Lasst es lieber sein. Ich werde es, wie gesagt, nur an der freien Luft sprayen. Am besten, wie gesagt, bei... Am besten so nieselprime Regenwetter. Bei möglichst wenig Wind natürlich. Da sprayen. Es dauert natürlich dann lange, bis es trocknet. Bei so Feuchtkalt... etwas feucht-kalter Luft dauert der Klarlack gute... So vier, fünf Stunden dauert es schon, bis der so mal gut angetrocknet ist. Das wird dann auch so ein bisschen milchig, die Schicht darüber. Wundert euch nicht. Das legt sich aber dann... Das waren so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber bin jetzt soweit ganz zufrieden. Mit dem Heck habe ich, wie gesagt, schon mal angefangen. Da schon mal die ersten Erfahrungen gesammelt. Und dann habe ich auch ein besseres Feeling her, um dann hier mit dem Hauptteil weiterzumachen. Aber der Rumpf ist halt... Der muss erst mal da sein und dann hat man so ein... So ein Eyecatcher. Und dann weiß man, jetzt mache ich mich dann an die Mechanik und die Elektronik und alles andere, was noch dazu kommt. Aber beim Rumpf fängt es ja an. Der muss ja stimmen, muss schön aussehen. Und deswegen... Aber das... Wie gesagt, also... Die gibt es in diesem Gelcoat unbehandelt. Da ist ja schon... Drüber primen braucht er da, glaube ich, noch nicht mehr. Also das ist ja schon Primer, der da drauf ist. Ich werde jetzt doppelt gemoppelt, glaube ich, da nochmal ein Primer drüber zu hauen. Da hatte ich, wie gesagt, ein bisschen Bedenken, weil das musste ich, wie gesagt, mit Nitrolack nochmal alles runternehmen. Nach meinen schlechten Erfahrungen mit der Staubkammer. Staubkammer geht sowieso auch nicht, wenn ihr mehrere Farben sprayen wollt. Und wie gesagt, wenn ihr dann Silbersprüt in der staubfreien Kammer und dann am Ende wollt ihr noch ein Bauteil mit Klarlack in der gleichen Staubkammer drüber sprayen, das bringt nichts. Ihr pustet mit dem Klarlack wieder die feinsten Silberpartikelchen von der Plastikplane und das setzt sich dann alles richtig schön auf der Fläche ab, klebt schön mit Klarlack und dann habt ihr so einen Metallic-Silberschimmer da noch mit drauf auf der Platte und deswegen, das war dann der der erste Versuch, wie gesagt, im Freien, weil zu viel Wind, boah, lauter Staubpartikel drauf, das hat nicht funktioniert. Dann habe ich es nochmal gemacht in der Staubkammer, dann hatte ich, wie gesagt, das Problem da mit den Silberpartikelchen, also wieder runtergenommen, Nitrolack und jetzt beim dritten Mal hat es funktioniert, also ist ein guter Tipp, nutzt die, ich meine, so richtig gute, staubfreie Spritzkammer, da läuft auch Wasser von den Wänden, also so nutze ich die Natur und bei Regen sind keine Staubpartikelchen, keine kleinen Fliegen unterwegs, nur in der Garage hier, die sich eine, die sich verirrt hat und die sich natürlich prompt nach dem Klarlack draufsetzen musste, ist ja logisch, aber sonst geht das ganz gut, besser als eine Staubkammer und gesünder ist es auch und wie gesagt, müsst ihr echt Staubkammer selber bauen, dann müsst ihr hochvorsichtig sein, weil die sind, die Spraylacke sind schon gut. Da kippt man schnell um, wenn man da glaubt, man kann jetzt noch Bauteile schwenken, fünf bis zehn Minuten lang in der Staubkammer, die ist außerdem viel zu klein, also ich muss die Bauteile noch drehen und schwenken, dass das, dass der Klarlack sich da schön verteilt auf der Fläche, ohne dass er irgendwo beim, wenn man sie nur hinhängt, dass der Klarlack dann noch runterläuft und dann hat man so eine komische Regenrinne dann irgendwo an der Kante, weil da alles zusammenläuft, wenn es da runterhängt, wenn man sie einfach so aufhängt, gleich nach dem Sprayen, das geht nicht. Man muss das so richtig schwenken noch, die Bauteile, so fünf bis zehn Minuten und dann kriegt man so eine richtig schöne homogene Fläche dahin. Das ist auch noch ein guter Tipp, den ich euch geben kann. Ansonsten, ja, habe ich euch schon ein paar Tipps gegeben. Ich baue da, wie gesagt, noch so eine kleine, so ein kleines Balsa-Plättchen da hinten dran, an die Stelle. Das habe ich festgestellt, dass das noch so eine Schwachstelle ist hier. Die Geschichte hier. Und wie gesagt, wenn man die Mechanik da dran baut, könnte ich mir vorstellen, dann drückt man es wahrscheinlich irgendwann da zu sehr zusammen und dann hat man hier so eine leichte, so eine Haareskante da drin und kann man sich sparen, indem man das so ein bisschen verstärkt hier, die Partie hier unten. Das geht, das mache ich noch. Und ja, ich schätze mal so in der Woche ist das hintere Konstrukt fertig und dann kümmern wir uns um den Vorderbau.